Niemals, ist das Bier auf einem Stier, auf Skier, auf Far Cry 4, auf Altpapier, auf 4 auf 4 Vampiren vor einem Polizeireviel? Teil 2, ABO, Teil 2, die sind bei anderen Landen, weißt du, ne? Geh nicht so... Keiner! Schatz! Kennst du so, wenn du besoffen bist und taumelst? So gut. Du läufst so, ja, ich küsse dein Herz, Habibi. 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 Aber, aber, ich werde jetzt... Ja! Wir sind im Austausch. Das dauert aber schon. Wir sprechen miteinander. Wie lange dauert es noch, bis man dann zu einem Ergebnis kommt? Werden wir sehen. Wie viel Geld gibst du im Monat aus? So 100 Riesen. Wirklich? Wofür am meisten? Alkohol. Wie viel für Alkohol? Ja, wie viel. Das ist Maxwell. Sexy Maxi. Sexy Maxi. Das T-Shirt ist so zerrissen. Ich sag euch, warum. Warte, wie rum ist das richtig so? Das Unterhebnis ist so zerrissen. Das hatte ich letztens draußen an. Und ich musste übelst kacken. Ich hatte kein Topapier, weil das war, als ich draußen war. Dann hab ich einfach so... Ich hab das an, hab ich einfach gerissen. Und mir ein Stückchen rausgerissen. Naja. Warte, wenn sein Auto einfach gleich auf Glanz kann. Boah, laut. Sound, wo ist Sound? Alter, dass das einfach funktioniert. Das kann nicht sein. Wir haben verloren, Alter. Alter, das kann nicht sein. Geil, Alter. Allah, geil. Ich rauch mal Burro, bitch. Du trinkst Aperol Sprint. Ich bin Pharao, bitch. Ich will change Deutschland, will mich ansehen. Krug Champagne, ob mein Porzellan zieh. Ich bin frisch gebotox für den Glow. Baby, ich bin frisch gebotox wie ne Hau. Ja, sie kennen mich spoil, das fuck mit deinem torten Geschmack. Oh, Eis. Genau, das ist dein Auto? Ah, erstmal. Hi. Ein Firmenfahrzeug. Also... Wenn ihr was wissen wollt, was ist das? Verdichtung. Kramplätze müssen verdichtet sein. Siehst du? Ja, aber ich kann dir die Leistungssteigerung sagen. 660 PS. Schaust du das Video nicht in HD? Digga, ich hab das komplette Video auf 480p geschaut. So scheiße, Alter. Ja, ich muss jetzt lieber gefühlt nichts machen, außer draufwecken und das krieg ich noch nicht mal hin. Ach, wieso ist das auf 480? Ach, leckt mich ganz ehrlich. Ihr schaut doch eh alle auf dem Handy. Das ist doch so klein gestaucht bei euch. Ihr seht doch hier auch nichts. Guck mal, nach einer Viertelstunde checkt einer, dass das 480 ist und nicht HD. Ach, scheiße, Alter. Ist auch um 3, jetzt ist schon spät. Noch mal gucken. Ach, was soll das? Nee. Ich wollte dich fragen, ob es schon mal, ich sag jetzt Jardags, ob es auf einen Jardags mal drauf war. War ich, ja. Ja, und wie war das so? Das war sehr angenehm, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, weil es bestimmt 35 Jahre her ist. Ja, das war auf jeden Fall sehr angenehm. Und mögen Sie eher so große Jardags oder so etwas kleinere Jardags? Also wenn, dann noch größer. Halb 4. Und dann wird Kaffee getrunken. Erstmal Kaffee aufgesetzt, frisch gemacht. Und dann wird ganz gemütlich Kaffee getrunken. Und dann werden erstmal zwei Zigaretten weggeballert. Na, was machst du? Bruder, geh mal an dein Handy. Dich ruft jemand an. Digga, geh mal an dein Handy. Hallo. Digga, geh doch mal an dein Handy, du Spaß. Die Leute gucken schon. Was ist mit Video Vogel? Soll ich mir jetzt hier entweder einen abschreiben? Du Hund, geh ran! KMN oder 187? Ich würde sagen 187. 187? Warum? Warum? Ja, weil die auch was für die breite Masse machen. Also Musik für die breite Masse. So ein bisschen Dancehall-mäßig. Also auch so Disco-mäßig, was man im Club abschreiben kann. Genau, auch was man in den Club sagen kann. Genau, zum Beispiel, welch sieht? Nicht ohne mein Team. Carmen kennst du aber auch? Ja, aber habe ich jetzt nie so intensiv verfolgt. Okay, perfekt. Und Sie sind da nicht am Start? Nein, ich bin da raus. Sie halten sich da raus? Ja, ich bin so weit. 187 hat auf jeden Fall was Neues gemacht, was es vorher so noch nicht gab. In Deutschland würde ich jetzt sagen. Genau, an der Stelle. Am Montag Unterricht, die erste Stunde war Physik. Und wie ich reinkomme, schon Deutsche, Digga. Deutsche, nicht Kanaken. Und ich höre schon 13.50 für ein Kilo Hasch. Und der andere redet von ganz anderen. Nougat-Preis, das sage ich, ich liebe meine Stadt, weißt du. Tag, Tag, durch Klassenraum. Habib LB, bleib stark, Bruder. Tag, Tag, durch mein 솔직히. Vielen Dank.